Industrielle Kaffeeautomaten werden für den Dauerbetrieb z.B. in Cafés, ICE-Zügen, Flugzeugen oder Büros konzipiert. Der Ausfall dieser Geräte ist mit einem großen finanziellen Verlust verbunden. Am IAS wurde das Konzept der universellen Fernservice-Infrastruktur unter anderem für die Ferndiagnose und Wartung von automatisierten Systemen entwickelt. Dieses Konzept wurde am IAS Kaffeeautomaten angewendet. Der IAS Kaffeeautomat besteht einerseits aus mechanischen Teilen wie dem Heizkessel, Wasserleitungen, Motoren und Ventilen. Andererseits beinhaltet er zwei Steuerungseinheiten, eine Einheit zur Steuerung des Bedienpanels und eine Einheit zur Steuerung von Aktoren. Der Kaffeeautomat hat einen CAN-Bus, der mit einem IAS Webboard verbunden ist. Auf dem Webboard läuft eine Software, die die Kennnachrichten in Nachrichten umwandelt, welche im Internet angezeigt werden können. Das Webboard ist mit dem Internet verbunden. Auf einem Server läuft eine Server-Applikation, die die Prozessdaten auswertet und interpretiert. Hier werden die Diagnose- und Wartungsmaßnahmen durchgeführt. Die Benutzer haben die Möglichkeit, weltweit auf das Gerät zuzugreifen und die gewünschte Funktion wie Fernbedienung oder Wartung durchzuführen. Eine dieser Funktionalitäten ist, dass man über das Internet das Problem oder den Fehler der Kaffeemaschine erfahren kann. Dieser kann dann kategorisiert werden und somit kann die Reparatur gezielter durchgeführt werden. Ebenfalls kann überprüft werden, wie viele verschiedene Cafés bereits bestellt wurden. Durch die Prozessvisualisierung kann der einzelne Prozess genauer betrachtet werden und es können eventuelle Fehlfunktionen einzelner Komponenten genauer bestimmt werden. Beispielsweise ist es auch möglich, seine Wünsche über das Handy zu äußern und so eine Tasse Cappuccino über das Internet zu bestellen.